Ich habe ein großes Problem, weil manchmal stelle ich mir so richtig random Fragen, wie zum Beispiel Was würde passieren, wenn wir zwei Sonnen hätten? Und eine Antwort darauf zu finden, kann manchmal richtig lange dauern. Aber das alles geht jetzt viel leichter. ARIA, was würde passieren, wenn wir zwei Sonnen hätten? Der Opera-Browser für Android hat eine mega starke künstliche Intelligenz eingebaut, die das Web durchsucht und komplexe Fragen beantworten kann. Die Anziehungskraft der beiden Sonnen würde die Umlaufbahn der Planeten beeinflussen. Die ARIA-KI kann euer ganz persönlicher virtueller Assistent sein und euch Hilfe im Alltag bieten und das komplett kostenlos. Anscheinend hätte es einfach einen krassen Einfluss auf die Umlaufbahn der Planeten, Tages- und Jahreszeiten, Lebensbedingungen und wahrscheinlich auch kulturelle Auswirkungen. Dazu kommt, Opera hat nützliche Features, wie zum Beispiel einen eingebauten VPN-Client, der beim Surfen eure Daten sicher verschlüsselt. Und einen Adblocker, der beim Surfen lästige Pop-Ups oder gefährliche Werbung einfach weg-cancelt. Falls ihr auch euren Browser am Handy kostenlos upgraden wollt, dann holt euch jetzt Opera im Google Play Store.